Jetzt mal Gamer, wo halt viel darüber gepostet wird und wenn die das hier supporten, wird das auf jeden Fall funktionieren und da ich euch jetzt zeigen will, dass es funktioniert, mache ich das jetzt gleich, vorher zu sagen, wie das funktioniert. Ihr habt ja diesen Link, den ihr an Freunde schicken müsst, wenn die auf den Link draufklicken, mache ich jetzt mal einfach, dann kommt ihr zu Adfly. Adfly ist die Seite, wo Werbung gezeigt wird und die, die die Seite dann machen, bekommen dadurch dann das Geld, wo die das alles finanzieren können.